Okay, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg von die Zimmerbettchen. Kapiert? Okay. Lass dein Gefanz einfach in der Hose, ja? Hey, was ist in den Schachteln? Ich kann nicht helfen. Es tut mir leid, ich bin zu schwach. Was ist denn los? Ich werde ihn auch taub verdammt. Verdammter Mist. Ich habe etwas gehört. Ich gehe mal nachsehen. Ich gehe mal nachsehen. Ich gehe mal nachsehen. Hey Mann, wer sind Sie? Sind Sie neu? Ach was, alles in Ordnung. Versuchen Sie es nächstes Mal mit einem falschen Bart. Mich legen Sie nicht rein, Mister. Nagel die Kräfte! Sie haben uns identifiziert. Er hat sich umgefunden. Kontakt mit dem Ziel. Sir, warum schleichen Sie hier rum? Tut mir leid, Sir. Blackwater Park ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie müssen sich für heute eine andere Schlafpflegenheit suchen. Sie müssen sich für heute eine andere Schlafpflegenheit suchen. Trainieren Sie für den Stadtlauf? Sanitäter sind in zehn Minuten vor. Tja, sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Verstanden? Mit den Bombenzentralen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich seh mich mal um. Over. Wir haben Sichtkontakt. Ich wiederhole, wir haben Sichtkontakt. Er ist kein Geist. Findet ihn. Hey, sofort stehenbleiben. Teuer nachgemessen. Sieh zu machen! Was ist das, dann... Er ist, dann kam. Das ist alles. Die Angelegenheit, ist das in der ganzen Welt. Wenn man muss, dann muss man sich um die Angelegenheit suchen. Was ist das? Wenn man sich um die Angelegenheit! Der Angelegenheit ist ein... Dann wird er Pearl fangen. Das war's für heute. Ich bin hier. Ja! Du hast ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Flasen sind geschlossen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das ist ein Verlust. Ja, schuldig. Hey, hier unten gab's eine Explosion. Bitte komm, bitte komm! Ja. Ihr Name ist Viktoria. Und sie ist eine Menge Geld wert. Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie, 47. Wir... Wir hatten einmal die Ehre, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Gut gemacht, Sanchez. Yeah. Wer ist das? Ein Cop? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße. Was soll der Mist? Es ist kein Privatschnüffler! Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman! Hitman? Meine Scheiße! Ja, mach ich. Ich hab mich. Ich habe Angst gerufen. Tive ich. Ich muss die Tröden wegnehmen. Ich hab die Tröden weg. Ich muss sie denn? Ich muss die Tröden wegnehmen. Ich habe die Tröden wegnehmen. Das ist eigentlich nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Ich muss sie den Tröden wegnehmen. Ich gehe ein Aufenschätzchen. Viel Spaß. Hey, bist du in einem dieser Social Networks? Hey, bist du in einem dieser Social Networks?